hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation slowdown daily shop news mit mir immer gleich wir schauen jetzt mal ganz kurz rein was es hier heute so gibt nach wie vor hier der teddy im jackpot bei mamas altmodischer geheimnis schatulle dann gehen wir hier in den shop rein wie sieht es nie aus da haben wir den doktor seudberg nach wie vor als pack also fehlen mir jetzt noch 70 und dann ich werde sparen ich will den unbedingt haben so dann die hypno toad box ist neu rausgekommen mein gott shoplift addict wo dies geil hypnotot chinchilla addict wain baked evil monkey lois griffin und steve smith ist natürlich das sind schon geiler geile karten wobei steve smith und lois griffin brauche ich jetzt nicht wirklich aber wenn die nur einmal hat wir bringen die dann hilf 23 naja sie so wirklich prickelnd die hypno tot die klassischen kombos hier wenn man da durch schaut ist jetzt auch nichts neues dazwischen so wie ich das hier sehen kann alles wie gehabt ja alles schon gesehen okay jo dann gehen wir hier rein in die meisterschaft und schauen uns mal die daily combo masteries an und da geht es dann los den haben jetzt inzwischen schon glaube ich das dritte mal den gene it on also das ist aber wieder für 500 das hier ist der gene leader quasi gucken wir mal da rein also ist jetzt keine karte so oft vorgekommen wie der gene leader naja was sonst also das wäre das hier okay ja muss ich sagen weiß ich nicht ob ich den so toll finde bin ich so super begeistert von der komo ist ist schon ganz okay aber ist jetzt nicht der mega brülle oder so also auf keinen fall 500 gems wert so dann gehen wir mal weiter in die näher oh mein gott oh mein gott in die stewardess franzine ja aus einer schlechten karte wird eine fast genauso schlechte karte naja was willst du da damit ganz vergessen lohnt sich doch nicht wirklich also stuartes franzine es ist völliger schwachsehen so und dann haben wir hier eine combo die ich allerdings schon des öfteren mal selber gespielt habe wenn das weapons schauen wir uns die mal an ja ist wirklich nur im allernötigsten notfall zu spielen ich habe halt mehrere bänder quad führst er kann so eine bombe schon richtig interessant wenn man jetzt hier guckt maxed out sind immerhin ist eine 16 fach bombe nach rechts oder links ist eigentlich also ist jetzt nicht nicht eine primär combo wo ich sage die die spiele ich gerne sondern das ist eine combo die einfach im notfall mal mit reingehauen wird wenn ich in irgendeiner form ja hier schaden bei nachbarkarten verursachen will dann spiele ich mal wenn das weapons aber finde ich lohnt sich auch nicht so dann haben wir hier eine karte die die raffi total gerne mag immer gesagt so ein spruch von ihm wenn der student frei ausgespielt wird dann ist das match entschieden so ich sehe das ganze ein bisschen anders wenn das jetzt krippel all wären ja 21 fach ja dann könnte ich mir das vorstellen aber bei einmal krippel ja raffi wird sie sich wahrscheinlich holen denke ich mal ich warte noch auf die one hit wonder so also für mich diesmal nichts mit dabei bei den combo recipes vielleicht ist ja die ein oder andere combo für euch interessant wenn euch das video geholfen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben sollte leute die glock und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir dem gleich dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss abonniere 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 Untertitelung des ZDF, 2020